Herzlich Willkommen zum 21. Impuls für mehr Erfolg mit Ihrem Online-Marketing. Wie gewinnen Sie schneller und leichter Neukunden übers Internet? Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren im Internet ist es, eine Liste qualifizierter Interessenten für Ihr Produkt, Ihre Dienstleistung aufzubauen. Haben Sie eine Liste von 100 E-Mail-Empfängern, können Sie das erwarten von Ihren E-Mail-Kampagnen. Bei 100.000 können Sie entsprechend 1.000 Mal so viel Umsatz erwarten. Und deshalb sagt man auch im Internet, der Erfolg steckt in Ihrer Liste. Ein einfacher und schneller Weg, Ihre Liste aufzubauen, ist über einen Partner. Dabei gewinnen Sie ein oder mehrere Partner, eine Empfehlungs-E-Mail an deren Liste zu senden, mit Ihrer Angebotsseite Ihrer Landingpage. Überlegen Sie einmal, da draußen sind Unternehmer, die teilweise seit Jahren schon E-Mail-Adressen sammeln, mit den Zielkunden, die Sie erreichen wollen. Wichtig kein direkter Konkurrent, sondern Produkte oder Dienstleistungen, die sich mit Ihrem Angebot ergänzen. Der Unternehmensberater zum Beispiel, der 100.000 Adressen von Startup-Unternehmern gesammelt hat, ist ein Kandidat zum Beispiel für einen E-Book-Anbieter über das Thema Erfolgreich selbstständig machen. Schickt der Unternehmensberater ein Empfehlungs-E-Mail an seine Liste, mit einem Link auf die Landingpage von dem E-Book-Anbieter, passiert etwas Gutes. Baut sich über Nacht Ihre Liste mit mehreren tausend Opt-ins auf. Ein Fitnessanbieter kann zum Beispiel als Partner fungieren für Nahrungsergänzungs- und Diätprodukte und so weiter. Ich denke, die Idee kommt rüber. Wichtig dabei entwickeln Sie ein Opt-in-Geschenk, das so mächtig das Hauptinteresse, Hauptproblem, Hauptziel, Hauptsehnsucht Ihrer Zielkunden anspricht, dass es Sie dazu bringt, innerlich zu sagen, das muss ich haben. Denn wenn er Ihre Landingpage erreicht, dann wollen Sie ja, dass er sich einträgt. Der größte Fehler bei solchen Partneraktionen ist, dass Sie einen Link setzen auf Ihre Homepage. Ich hoffe, das ist in den vergangenen Impulsen rübergekommen, Ihre Homepage taugt nicht zum Verkaufen. Und das erste Ziel, das Sie haben, ist, die E-Mail-Adresse der so geschaffenen Kontakte einzusammeln. Eine gute Strategie dabei ist, dass Sie überlegen, ein günstiges Produkt Ihrer Produktpalette oder einen Teil Ihrer Dienstleistung gratis wegzugeben. Gratis ist immer ein mächtiger Grund für neue Interessenten, Sie zu kontaktieren, Sie kennenzulernen. Beispiel, haben Sie ein E-Book, das Sie sonst für 47 Euro verkaufen und geben es in diese Partneraktion als Freebie. Also gratis. Dann ist das sicherlich ein guter Hebel, um Opt-ins zu gewinnen. Und hier kommt Ihre Umsetzung. Recherchieren Sie über Google geeignete Partner und kontaktieren Sie mindestens drei Partner für konkrete E-Mail-Aktionen. Hier das Ganze noch einmal im Detail. Sie gehen nach Google und geben dort die wichtigsten Suchworte Ihrer Branche ein. Als E-Book-Anbieter für Start-up-Unternehmer zum Beispiel Unternehmensberatung oder Start-up oder Unternehmensgründung. Jetzt erhalten Sie eine Liste von Hunderten, Tausenden, Jahrhunderttausenden potenzieller Partner zum Aufbau Ihrer Liste. Und mein Tipp, beginnen Sie mit den obersten 20 oder 30 Listings bei Google. Warum? Die haben am meisten Traffic und meistens auch eine eigene Liste aufgebaut, sonst wären Sie nicht oben. Und dann bringen Sie diese dazu, einen Link auf deren Webseiten zu setzen, den Teasertext und die Landingpage bitteschön bauen Sie selber. Oder was noch besser ist, eine Empfehlungs-E-Mail an deren Kunden, an deren E-Mail-Liste zu schicken. Oder einen Artikel oder eine Empfehlung in deren E-Mail-Newsletter. Wenn der Partner Sie fragt, warum soll ich das machen, sagen Sie ihm, um risikolos zusätzliches Einkommen zu produzieren. Wenn er immer noch skeptisch ist, sagen Sie, wir machen einen kleinen Test, wir machen ein einziges E-Mail und schauen innerhalb von 14 Tagen, was an Provision zusammenkommt. Ein weiterer Tipp, Sie können für diese Partnergewinnung eine feste Person engagieren, zum Beispiel eine Aushilfskraft, die nichts anderes macht, als Internetpartner für Sie zu akquirieren. Das ist einer der schnellsten Wege, Ihre Liste über Nacht quasi auf tausende von E-Mails und Interessenten aufzubauen. So, das war's schon wieder für diese Woche. Viel Spaß bei der Umsetzung. Mein Name ist Dirk-Michael Lambert und wie immer, ganz wichtig, schreiben Sie mir Ihr Feedback, Ihre Fragen unten hier auf der Seite, direkt unter dem Video.